Hallo, ich bin Egon Euler. Hallo, ich bin Pino. Wir wollen euch heute unsere Grünen mit dem Wiener sehen. Diese ist unsere große Wiese. Diese Wiese gehört zu unserer Schule. Auf der großen Wiese können wir in den Pausen Spielzeug aus dem Bauwagen holen und uns dann auf der großen Wiese damit austoben. Ich werde da vor Ort hier, damit wir in den Pausen drauf spielen können. Das ist die Bühne, wo wir Fußball spielen können. Das ist ein Sandkasten, wo wir Burgen bauen. Jetzt zeige ich euch den Knochenspielplatz. Hier machen wir eine Pause, wenn wir vom Unterricht kommen. Ich zeige euch unser Feld. Wir gehen den Herbst wandern. In Werl, in unserem Chorpark, ist eine schöne Landschaft. Es stehen Bäume herum, es ist eine Wiese da und ein Bach fließt durch die Mitte. Hier ist der Spielplatz vom Chorpark. Hier klettern wir, spielen, bauen Sandburgen und rutschen. Unser Chorpark hat sogar einen Ententeil. Hier schwimmen Schwäne, Enten und manchmal sogar Gänse herum. Sie können sich frei bewegen und haben viel Spaß in unserem Ententeil. Hier vorne steht unsere Klasse. Die Stadt wäre das für ihre Salzgewinnung bekannt. Hier im Chorpark steht sogar eine funktionierende Saline. An der Saline fließt das Salzwasser herunter und die Stöcker filtrieren das Salzwasser und das Salz von der Racht. Das Salz wird für Lebensmittel verbraucht. Hier sieht man das Wasser von der Saline klötschen. Hier ist eine Spielwiese. Die Mädchen springen Seil. Hier fliegt Mahmoud Grati Seilbahn herunter. Es wird auf der großen Wiese auch gerne Fußball gespielt. Hier spielen die Jungs Fußball. Hier hängt Jaylin im Baum und ist am Klettern. Sieht so aus wie ein Faulstück. Hier wird einfach gar nicht zu Herją. Hier ist mit Fall. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.